Dieses aus dem Englischen stammende Wort beschreibt die Mitarbeit und das Eigenengagement, das ein Patient hat bei der Einnahme von gewissen Medikamenten, die ihm verordnet wurden, oder bei der Befolgung von Therapieschritten, die er einzuhalten hat. Je besser er diese Therapie einhält und je regelmäßiger und konsequenter er die Tabletten nimmt, umso größer ist seine Compliance, Compliance, Compliance.